Heute wieder saubere Himmels, bis auf ein paar Game Trails, voll mit Alu, Mangan, Strontium und so weiter und so fort. Alles über unseren Köpfen. Warum man das nicht glauben will, Wahnsinn. Die Leute glauben es einfach nicht. Anscheinend, weil noch keiner von der Familie selber betroffen ist, mit Tumor, Krebs und so weiter. Dann haut er mal rein, ich mache jetzt noch ein bisschen Zeitraffer. Wer das leugnet, der hat glaube ich keinen normalen Menschenverstand mehr. Schau mal schön vor die Sonne. Das alles sind keine Kondensstreifen, das sind keine normalen Flugzeuge, keine Linienflugzeuge. Wenn wir ganz Linienflugzeuge werden, werden die Streiche jeden Tag gleich. Das ist einfach nur Gift, um uns zu vergiften. Ja, so sieht es aus. Gehört alles zu den Plänen. Da könnt ihr gleich zusehen, wie das Ding immer breiter wird. Und das rieselt so langsamer von uns runter und geht in die Blutgefäße. Haut immer rein, bleibt gesund, auch bei der Scheiße. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020